Dass du deinen Biofilm ausleiten und deine Darmwand und deine Darmzotten vor Rückständen befreien sollst, um wieder in deine volle Power und Lebensfreude zu kommen, ja davon habe ich dir ja schon oft berichtet. Kennst du diese Videos noch nicht? So schaue dich auf meinem Kanal um. Doch jetzt möchte ich dir verschiedene Varianten zum Ziel aufzeigen, bleib also dran. Wie jeder Mensch einzigartig ist, so gibt es auch nicht die ultimative Lösung in Sachen Darmsanierung, die für alle passt. Und genau aus diesem Grund stelle ich dir jetzt unterschiedliche Kombinationen vor. Bei der Variante 1 starten wir mit der Express Darmkur Premium. Die ist dazu da, um den Biofilm zu lösen und ihn loszulassen, also so, dass du ihn ausscheiden kannst. Und warum du den ausscheiden sollst, dazu habe ich ein Video gemacht, das findest du auf meinem YouTube-Kanal und heisst Das ist ein Biofilm. Da erkläre ich dir ganz genau, was der Biofilm in dir macht und warum du den definitiv nicht mehr brauchst. Dann geht es weiter mit der Amazonas-Darmreinigung und die gibt es in Kapsel- oder in Pulverform und ist dazu da, um die Feinarbeit an der Darmwand und den Darmzotten fortzuführen. Damit dein Körper sich regenerieren kann und wieder voll aufnahmefähig wird. Dann die Parasitenkur, die kannst du gerade gleichzeitig mit der Amazonas-Darmreinigung nehmen. Es handelt sich hier um eine Bitterstoff-Tinktur, auf der zwei verschiedene Frequenzen aufgespielt sind, um die Parasiten auszutreiben. Und gleichzeitig ist es auch eine Leberreinigung. Also gerade wenn du das Thema Müdigkeit hast, dann ist das eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Neben dem Effekt natürlich, dass du die Parasiten los wirst. Als nächstes kannst du dann Darmbalance nehmen, um deinen Körper dabei zu unterstützen. Die beschädigten Teigjunctions, also diese Verbindungen im Darm zu reparieren, welche ja für den durchlässigen Darm verantwortlich sind. Den durchlässigen Darm hast du, oder haben viele von uns bekommen, durch Fehlernährung, also saure Ernährung, aber auch Gluten, Milchprodukte und so weiter. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass der Darm durchlässig wurde. Und genau das wollen wir wieder beheben, dass du einfach voll aufnahmefähig bist, dass du in deine volle Kraft kommst und schlussendlich dein Darm seine volle Arbeit leisten kann. Der Aufbau geht dann weiter mit dem Premium Präbiotikum. Das ist Futter für deine Darmbakterien. Und Premium Multibiotikum nimmst du, um weitere Bakterienstämme hinzuzufügen, um deinem Darm einen richtigen Kickstart zu ermöglichen. Und dann komme ich zur Variante 2. Auch hier starte ich wieder mit der Express Darmkur Premium. Nehme dann allerdings nachher das Schwefelgold, um die Feinarbeit an der Darmwand und an den Darmzocken fortzuführen. Und das mache ich in Kombination mit der Telomid Bio-Algenkapsel. Das ist eine Braunalge, die dich dabei unterstützt, die Giftstoffe, die da frei werden bei der Entgiftung, zu binden und auszuleiten. Des Weiteren auch hier wieder die Parasitenkur. Als nächstes Darmbalance. Da geht es dann wieder um den Aufbau der Thai Junctions, die du dann schlussendlich, wenn du das durch hast, mit dem Premium Präbiotikum, die Darmbakterien füttern kannst und ergänzen mit dem Multibiotikum. Das hast du ja schon von Variante 1 gelernt. Auch die Variante Nummer 3 starte ich mit der Express Darmkur Premium. Mach dann nachher allerdings zuerst einmal zwei Wochen Pause. Weil bei dieser Variante will ich mit dem anorganischen Schwefel arbeiten. Und die Darmwand kann ein bisschen gereizt sein, nachdem der Biofilm draussen ist. Du kannst das ein bisschen überbrücken mit Darmbalance. Das ist eine Möglichkeit, bevor du dann startest mit dem Schwefel. Dann habe ich es ja schon angetönt. Wir nehmen den anorganischen Schwefel hier, das gelbe Schwefelpulver. Dieses löst die Schlacken von Darmwand und Darmzotten und bringt viele Elektronen in den Darm. Und so verändert sich dein Milieu. Optimalerweise ergänzt du das mit den Bioalgenkapseln, also der Braunalge, weil diese ganz spezielle Fähigkeiten hat, also möglichst viele Schwermetalle zu binden und schlussendlich auch auszuleiten. Auch hier können wir wieder mit der Darmbalance in den Darmaufbau starten, um die Unterstützung der Bildung der Thai Junctions zu fördern und den Darm wieder komplett dicht zu machen. Auch hier wieder das Premium-Präbiotikum, also das Futter für die Darmbakterien und das Multibiotikum, um die Bakterienstämme zu ergänzen. Nun kannst du natürlich bei all diesen Varianten deine eigenen Anpassungen machen. Ich habe sie alle getestet und alle haben irgendwo ihren Vorteil. Mit allen bin ich wieder in die Motivation gekommen und in die Lebensfreude. Mit allen habe ich auch wieder den Fokus erreicht, nämlich den Fokus auf mich selber. Den Fokus nach alten Konfliktschocks zu suchen, um alte Symptome aufzulösen, meinen Körper in der Heilung zu stärken. Ja, wenn du mehr über die germanische Heilkunde wissen willst, ja, dann schau doch in meinem Kanal nach dem Video «Germanische Heilkunde nach Dr. Hammer – Online-Kurs von Helmut Pilar». Sämtliche erwähnten Produkte kannst du als in der Schweiz lebender Mensch bei gesund-und-frisch.ch bestellen. Wohnst du ausserhalb der Schweiz, so nutze doch die Verlinkungen in der Videobeschreibung. Es handelt sich dabei um Empfehlungslinks und auch so kannst du mich in meinem Ziel unterstützen, den Menschen das Leben lebenswerter zu machen. Dafür bedanke ich mich jetzt schon ganz, ganz herzlich bei dir. Hat dir das Video gefallen, so lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal. Und jetzt komm ins Handeln, ich wünsche dir grenzenlose Power, deine Rita von gesund-und-frisch.ch tj Bis zum nächsten Mal.